Die goldene 1 Euro Weihnachtsparty mit Ingo Dubinsky. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Danke schön. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, liebe Gäste hier in Hamburg, liebe Zuschauer. Dankeschön. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und damit herzlich willkommen zur goldenen 1 Euro Weihnachtsparty. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen 1. Advent. Ja, unsere Schlagerparty, die wird heute eher eine Weihnachtsfeier hier in dieser tollen weihnachtlichen Winterlandschaft. Die haben wir im Übrigen nicht vom lieben guten Weihnachtsmann bekommen, sondern von unserem lieben guten Szenenbildner Martin Möwius. Kann man ja an dieser Stelle mal sagen, ist doch bald Weihnachten. Das Ganze steht hier im Studio, mitten in Hamburg. Und hier ist auch genau der richtige Platz für den 1. Advent. Jetzt werden Sie sich fragen, was haben denn diese kühlen Hanseaten in Hamburg mit dem Advent zu tun? Doch, doch, wir befinden uns sozusagen auf weihnachtlich-historischem Boden. Denn 1838 wurde hier in Hamburg zum allerersten Mal eine Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Und damit ist dieser Adventskranz eine Hamburger Erfindung. Und zwar vom Diakon Johann Hinrich Wichern. Das war der Begründer und Leiter des Rauen Hauses, einer sozialen Hilfseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Also damit schon ganz im Sinne der ARD-Fernsehlotterie. Und dieser Herr Wichern, der wollte seinen Schützlingen das lange, quälende Warten bis zum Weihnachtsabend, ein bisschen erträglicher gestalten und kam auf die Idee des Adventskranzes. Nur allerdings am Anfang mit 23 Kerzen. Also wir haben heute schon mal die erste angezündet. Und hier, dann noch mal die Idee des ZD-F-Einers, Vielen Dank.